Die Behinderung! Ah! Na, alles in Butter? So, wir sind zurück mit einer neuen Horror-Map. Hoffentlich besser als sie davor. Was dazu zu erwähnen ist, dass die erste die auf 1.9 beziehungsweise die zweite, weil die davor war auch schon auf der 1.9, aber das kann man ja nicht wirklich zählen. Ja. Ja, die heißt Confused. Genau. Die ist ebenfalls am 7.5. erschienen und die spielen wir jetzt. Genau, mal sehen. Erbaut wurde die von diesen beiden Typen hier. Klickt nochmal hin, also falls ihr Lust habt, könnt ihr auch ruhig mal gucken. Haben wir nichts dagegen. Ruhig mal. Ja. Und dann kann es losgehen, würde ich sagen. Ja! Confused. bei John Ethan and Sierra Phoenix. Have a good night! Oh, oder Oh, Ihr habt alles verstanden, ne? Was war da? Oh. Okay. Also. Peter Wick joined the game. Peter Wick. Have a good night! Peter Wick left the game. Okay. Ups. Gut? Gut. Ja. Ziemlich dunkel wieder. Ja. Wir sind anscheinend im Wald. Oh Gott. Ich habe mich erschrocken. Ja. Schon eine andere Stimmung als bei der anderen Map. Oh, hier geht es runter. Sollen wir da runter gehen? Oder soll man es erst mal umsehen? Da können wir gar nicht richtig runter. Na gut, okay. Okay. Ich höre hier irgendwo Feuer oder so, oder? Ist doch bestimmt da drinnen. Ah, das kann sein. Ähm, John Wick, bist du noch da? Sind wir da drauf? Nein. Ich habe immer Angst, dass wir irgendwo festbacken. Ja, ich auch irgendwie. Oder sollen wir tatsächlich da rein? Ja, weil... Oh. Klingt ja nicht. Hier ist was. Mhm. Was ist das? Eine Hütte im Wäldchen. Okay. Nee, das machen wir lieber nicht. Warte. Hier muss ja irgendwo der Eingang sein. Ja, das stimmt. Irgendwo sollte hier eigentlich ein Eingang sein. Ah, hier. Ah, guck mal. Eine ganz kleine Tür. To open the door. Oh. Okay. I don't know. This is a library. I thought it's a house. Ja. Das dachte ich eigentlich auch. Cool, dass die Türen zurückgegangen sind. Oh, Blut. Hier sind wir sicher. Garantiert. Ja, ja. Sieht auch so schön aufgeräumt hier aus. Ich würde auf jeden Fall jedem, der in eine Bibliothek geht, so eine Falltür empfehlen. Ja, das ist voll... Oh. Foto. But it looks like an old library. Okay. Don't... Blablabla. That's gonna find out. Ja. Wow. Okay, da kommen wir nie wieder mehr hoch. Das ist doch auch geil. Das ist doch auch vertrauenserregend. Guck mal, ein bisschen Blut. Hey, ich sag doch, Leute. Nimmthämorrhidensalbe. Das hilft. Wow. Oh. Okay. Das war schon gruselig jetzt. Da sollen wir anscheinend nicht reingehen. Was ist los da? Was ist going on da? Wir müssen doch da irgendwie rein, oder? Ja, oder? Warum geht das nicht? Sie sollen doch irgendwo einen Scheiter? Das wäre krass hinterm Bild versteckt, ne? Oh, scheiße. Das wollte ich nicht. Was? Das wollte ich nicht. Alter, du alter Kulturbanause, du. Was ist da? Oh, eine Truhe. Wow. Oh. Page one. Okay. Let's have a look. Yes. Nee, kann man nicht gucken. Oh, aber die Tür ist offen. Oh, wir haben durch die Truhe den Mechanismus ausgelöst, wahrscheinlich. Wow. Können wir hier hochgehen? Was ist denn eine neue Technologie? Oh, wir können auch hier hochgehen. Wo wollen wir erstmal hin? Runter oder hoch? Vielleicht erstmal hoch. Okay. Runter ist immer ein schlechtes Zeichen, ne? Ja. Obwohl es hier so dunkel ist. Da geht es ja auch runter. Äh. Okay. Ja gut. Haben wir ausgecheckt? Geh mal hier jetzt runter, ne? Genau. Erstmal hier. Hier wird es wahrscheinlich eine... Ach, hier geht es im Kreis. Okay. Ja. Ja. Sollen wir jetzt echt da durch dieses Feiling gehen? Wahrscheinlich schon. Ja, dann... Machen wir das mal, ne? Macht echt Spaß, durch Löcher zu feilen. Wui. 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 Ja. Sollten wir dabei irgendwie was sehen bei dem Fall? Oh. Wow. Ich bin begeistert, ey. Heute klappt doch alles reibungslos, obwohl wir so Profis sind mit so Sachen gerade. Oh, wow. Oh, I have an idea. Maybe this page only visible if I put it... If I put it on UV light. Achso, wenn man die Seite an UV-Dicht macht, okay? Maybe I will find hidden messages by using this machine. Okay. Achso, mal gucken, was wir für eine Maschine finden. Ultra-Violet-Box. Oh, das ist ja cool. Bin ja gespannt, was jetzt auf diesem mysteriösen Zettel steht. Oh, jetzt ist ja verschriftet. Krass. Hä? Day 69. I finally did it. Hm. Him. Äh, was? I can finally talk to him. Hope this works. Was? Oh. What the fuck? Who I... Who I... Is up there? I hear someone is walking up there. The only way... The only way out is closed. OMG. Oh my God. Das ist ziemlich schrecklich zu lesen, ne? Mit diesem dunklen Grün. Das ist irgendwie schon... Um, OMG. I need to go now. Woops. I think I touched a secret button. Okay. Gut. Dann leg mal das mal weg. Ist hier noch was drin? Nein. Nein. Es geht aber noch weiter abwärts. Nicht schlecht, Herr Speck. Aber es sind immer noch Leitern da. Dann gehen wir doch mal runter. Ja. Oh. Okay. Das ist aber mysteriös jetzt hier. Pilze. Ja. Pilzchen. Was ist das? Schnee. Okay. Oh, da geht's hoch. Dann gehen wir mal da hin. Hä? Was ist denn hier passiert? Sag mal. I'm walking. Da ist Ray. Da, I'm walking. Was ist das hier? Ne. Da kann man nicht hoch. Shit. Müssen wir da runter. Oh, ist hier eine Truhe oder so? Ne. Leider nicht. Das finde ich irgendwie cool. Da müssen wir hier. Ne, hier ist auch nichts. Die Jahn hochklettern. Oh. Meinst du echt? Äh. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hier muss irgendwas. Oder muss man in die Fackel. Die Fackel? Hm. Das ist irgendein Glas. Okay? Irgendein Secret müssen wir wieder entdecken. Geh mal weiter. Keine Ahnung. Hier kommen wir leider nicht weiter. Oh. Da ist ein Schalter. Wie komme ich denn da dran? Gute Frage. Hm. Wir bräuchten einen längeren Abend. Das ist die Lösung. Ja. Vielleicht müssen wir irgendwie den Schnee da schmelzen. Aber wie? Weiß es nicht. Mit UV-Licht. Vielleicht gibt es ja da oben irgendeinen Schalter, den man vorab drücken muss. Wo denn? Irgendwo bei den Lian. Ja. Kannst du jetzt hier irgendwo hin? Ja. 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 Vielleicht. Oh. Jetzt geht es hier weiter. Hast du geholzt? Glaube ich. Nee. Nee. Was ist denn los? Wir entdecken hier andere und irgendeinen anderen. Und eine andere Kuriosität. Du bist der professionellste Lianen-Kletterer, den ich je gesehen habe. Das ist nett. Gut, ne? Nee. 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 Du bist ein echt guter Karate-Kämpfer. Wow. Oh. Wir sind so doof. Das. Was hast du das gemacht? Ich bin geschlichen. Nein. Nicht im Ernst, oder? Da. Wie behindert. Ah! Nein. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh Mann. Guck mal hier. Unüberwindbare Rätsel sind das für uns. Aber echt? Wow. You made this all? Who made this all? I should be fast. ض保 di lakes. No. Okay. No. We— So we are done. As we go through. We cannot see what we are ultr lightly.